Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Kim Kardashian, 42, wird emotional. Die The Kardashians-Bekanntheit reichte vergangenes Jahr die Scheidung von ihrem Ex Kanye West, 45, ein. Gemeinsam teilen sie vier Kinder, doch das Co-Parenting ist nicht immer leicht. Zuletzt leistete sich der Rapper in der Öffentlichkeit einige Fehltritte, die seinen Ruf angeknackst haben. Doch Kim will ihre Kinder weitestgehend davor beschützen. Wie sehr die derzeitige Situation sie mitnimmt, zeigt sie nun total offen. Die Unternehmerin war in dem Podcast Angie Martinez IRL zu Gast und kam auch auf ihren Ex sprechen, es ist hart. Sachen wie Co-Elternschaft sind wirklich verdammt schwer. Kim wolle immer nur das Beste für ihre Kinder, ich hatte den Besten. Wenn Sie die Europäische und Deutschland wissen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und pressen die Bele, und Like unseren Video und Share mit Ihrem Freund und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen. Vielen Dank.